Du bekommst den Ghoul Trooper nur, wenn wir in dieser Runde den Win holen. Ganz links muss Ghoul Trooper sein. What the fuck? Da ist nirgends, du kleiner... Sag deine Adresse, ich komm zu dir nach Hause jetzt gleich. Bro, sag jetzt deine Adresse! Lass jetzt ein Like da, wenn du No-Skins süß findest. Und danach bekommst du diese drei seltenen OG-Skins in deinen Spinn. Solltest du jetzt kein Like da lassen, dann wirst du für immer in Fortnite Pech haben. Und wenn du immer noch nicht abonniert hast, dann wirst du niemals OG-Skins haben. Falls du ein No-Skin bist oder keine seltenen Skins hast, dann ist heute dein Glückssack. Denn du kannst auf meinem OG-Account spielen, wo wirklich jeder OG-Skin ist. Unter anderem Renegade Raider, Ghoul Trooper, Aerial Assault Trooper, Skull Trooper. Die seltenste Spitzacam-Spiel. Falls ihr euch denkt, es sind die einzigen vier OG-Skins. Es sind auch viel mehr OG-Skins auf dem Account. Vielleicht ist sogar ein Recon-Expert drauf. Schaut einfach immer die Videos an und dann werdet ihr erfahren, welche weiteren OG-Skins auf dem Account sind. Und jetzt fragt ihr euch bestimmt, wie könnt ihr auf diesem Account spielen? Ihr müsst erstens nur Abonnent sein. Sehr wichtig, dieses Video liken, denn Support ist kein Mord. Und im Video werde ich euch drei Buchstaben einblenden. Diese drei Buchstaben sind klar und deutlich sichtbar. Und diese drei Buchstaben schreibt ihr mir auf Instagram. Und für eine höhere Gewinnwahrscheinlichkeit kommentiert euren Lieblings-OG-Skin und euren Instagram-Namen. Desto öfter ihr kommentiert, desto höher ist eure Gewinnwahrscheinlichkeit. Falls ihr euch jetzt denkt, er will nur Abos und Likes machen und lässt gar keinen drauf zocken. Ich werde immer zweimal im Monat in meiner Instagram-Story den Gewinner posten. Ihr dürft dann entscheiden, ob ihr mit euren Freunden zocken wollt oder ob ihr live im Stream von mir mit mir Duo zocken wollt auf diesem kranken OG-Account. Ich will euch damit einfach nur etwas zurückgeben und mich bedanken für den kranken Support. Danke an jeden Einzelnen, der einfach meine Videos schaut, sie mit seinen Freunden teilt, immer einen Kommentar und Like da lässt. Es pusht wirklich sehr den Kanal. Und wie ihr merkt, ich lade zur Zeit jeden Tag ein Video hoch und zur Zeit macht mir YouTube mehr Spaß denn je. Und das habe ich einfach nur euch zu verdanken. Kuss geht raus. Beste Kumpel. Oh mein Gott, wo warst du Ghoul Trooper? Ähm, aus dem Itemshop-Monkey? Hä? Ich guck mal nach, Alter. Nein. Warte, noch mal alles durch. Hä? Da ist kein Ghoul Trooper. Doch, Ghoul Trooper ist im Itemshop, wegen dem neuen Update. Nein. Doch, Bro, aber du bekommst den Ghoul Trooper nur, wenn du beim neuen Update einen Win holst. Sonst hätte ich doch den Ghoul Trooper auch nicht. Ja, okay, dann lass Win holen. Jetzt direkt. Willst du unbedingt die Ghoul Trooper haben? Ich schluck Wasser und dann bist du krasser. Und wir machen jetzt die Gegner nasser. Ich spitzen die voll mit Wasser. Und, äh, ja, und dann werden die zerstört. Wow. Und dieser kleine Roboterhund, Bro, wie rastet der aus? Ey, freust du dich? Mein Gott. Aber hör zu, hör zu, hör zu. Du bekommst den Ghoul Trooper nur, wenn wir in dieser Runde den Win holen. Deswegen musst du dich jetzt anstrengen. Ja, 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 klar. Du hast nur einen Versuch. Ich mein's ernst, du hast nur einen Versuch. Weil Epic Games will, dass nur die guten Spieler den Ghoul Trooper bekommen. Deswegen, wir müssen ganz safe landen und den Win holen, okay? Okay, okay. Wirklich nur eine Chance? Ja, nur eine einzige Chance. Ich schwör. Deswegen lass den Win gehen. Mein Gott, wir holen jetzt den Win und dann gönne ich mir kurz Ghoul Trooper auf, meinen fetten Nacken. Alter, Ghoul Trooper, ich bekomm den Ja, ich bin ein guter Spieler. Das weiß Epic Games brav. Ey, Monkey, hab ich dir schon mal gesagt, dass du cool bist. Ja, ja, ich bin cooler Monkey. Ey, Bro, deswegen, wie gesagt, du musst dich diese Runde wirklich anstrengen. Weil wenn wir keinen Win holen, dann bekommst du nicht nochmal eine Chance, um einen Ghoul Trooper zu bekommen. Deswegen streng dich wirklich anstrengen. Okay, 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 okay. Ich streng mich so an, wie ich mich noch nie angestrengt habe. Ich bin schon groß. Ich bin so klein und vier. Ja, ja, nein, 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 wie geht das? Ich bin, ich bin so klein und vier. Komm doch und spiel mit mir. Caillou, Caillou. Nein, der sagt am Anfang, ich bin schon groß und vier. Ey, Monkey, schau mal, komm mal zu mir, komm mal zu mir. Ich mach jetzt, ich mach jetzt was. Komm mal, komm mal zu mir. Ich will dir was zeigen. Das ist sehr lustig. Ja, wir spielen jetzt, wenn du Eier hast. Ich bin schon groß und vier. Drei Leute, moin mit dir. Caillou. Schau mal, schau mal hier nach oben. Ich hab, ich hab keine Lust mehr auf mein Leben, Monkey. Ich, ich begeg jetzt Suizid. Ich spring runter. Nein, wenn du Eier hast, springst du jetzt genauso wie ich auf diese Seilbahn. Oh, fuck. Soll ich dich heilen? Ja. Ja, ich hab verkackt. Ich bin nicht irrenlöser. Ich hab absolut verkackt, das war's komplett. Scheiß. Das war's komplett, meine lieben Fische. Ich, ich, ich hab jetzt richtig gedacht, einen auf Reapers. Okay, wenn du Eier hast, gehst du jetzt da nach oben und springst da auch runter. Ah. Er hat's geschafft. Pilze, ja. Lecker. Leckerlis. Schau mal, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du den, wenn du den, wenn wir jetzt nicht den Win holen, dann bist du so. Dann bin ich bad. Ne, wenn wir den Win holen, bist du aber so. Deswegen. Ja. Wir müssen dir unbedingt den Ghoul Trooper besorgen. Ich möchte nicht nur mit dem Galaxy-Skin sein. Ghoul Trooper. Tra la 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 la. Monkey, ich hab ein Mini für dich. Ich hab ein Gänge, Bro. Leckerli. Lecker. Ach, Monkey, du bist so gut. Aber ich bin schon der König von den Monkeys. Ich klettere überall hoch. Kannst du gut klettern? Ja, ich bin, ich bin halt allgemein gut im Sport. Spielst du auch Fußball? Ja, das ist mein Hobby. Hobby, Hobby. Das ist mein Hobby, ja, wer. Ja, da kannst du schon immer nur mein Hobby, ja, wer. Geil, Bro. Ich feier dich. Rap mal von Mero Baller los. Baller lo, 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 los. Ich kann nicht mehr weiter rappen, wie das geht. Ich weiß nicht mehr weiter. Ich lass nur die Baller lo, 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 lo. Monkey, schau mal, hier ist du ein Baller. Scho, 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 schos. Äh. Äh, ich weiß nicht mehr. Ah, Bruder. Ich spiele jetzt Fußball. Das kann, das... Ja. Hey, komm zurück. Fußball. Du Schweinchen. Wir machen jetzt hier ein Fußball, eine Fußball-Arena. Fußballstadion? Da bin ich dabei. Und dieser Dingsbums da ist der Fußball. Bro, was ist mit dem los? Guck mal, wie das backt. Guck mal, ey. Warte, warte, warte. Was? Ey. Ich kann nicht editieren. Okay, Bro, wir spielen so lange, bis der Ball kaputt geht, beziehungsweise bis einer ein Tor geschossen hat. Okay, bist du bereit? Ja. Das war's komplett. Warte, ich hol den Ball wieder. Oh, du fährst ja drinnen im Ball. Wie so ein verrückter... Okay, okay, beide auf die Linie, beide auf die Linie. Auf drei geht's los. Okay, Maki, bist du bereit? Eins, zwei, drei, let's go. Tor! Ja! Nein! Ich hab gewonnen, Bro. Was sagst du dazu? Guck, guck. Nein! Ey, das steht nicht. Das steht nicht. Nein! Du Schummler. Du Schummler. Nein, 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 nein. Nö, 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 nö. Ich hab gewonnen. Haha. Haha, Monkey. Ey! Ich bin der Gewinner. Nur die Monkeys dürfen nur drin sein. Du bist kein Monkey. Und ich hab das Highlight... Ich hab letzten Mittwoch das Highlight von dem ganzen Spiel gemacht. Welches Highlight von welchem ganzen Spiel? Von dem Fußballspiel-Training. Soll ich raushauen, was ich gemacht hab? Ja, hau raus, was hast du gemacht? Ich hab, ich hab, wir haben Eckball, also ich hab Eckball gemacht. Da ist ja direkt so ins, also direkt von der Ecke ins Tor, also keiner Kopfball oder so gemacht oder so, aber direkt ins Tor, weißt du? Alter, stark. Bist du ein guter Fußballspieler? Äh, der beste im Club. Welche Position spielst du? Äh, Sturm. Bro, wenn ich irgendwie Verteidigung spiele, ich liege am Boden rum. Äh, ich bin schlecht, wenn ich diese Position spiele. Äh, C-Max. Ich hab, ich, also, also, du, der, äh, dieser Goal Trooper kommt wieder im Shop, hast du gesagt. Ja. Weil nur, wenn wir den Win holen. Genau, und es leben nur noch 23 Leute. Deswegen streng dich an, Bro. Äh, Kaka auf Bandys. Dann würde ich dich Kaka drauf machen. Lass doch das Wort. Wenn ich dich Kaka drauf machen. Warte, ich muss jetzt, dann gleich, glaub ich, Kaka auf das drauf machen. Äh, nein, bitte nicht. Bitte nicht. Äh, warte, ich meinte, es gibt doch so ein Smiley-Moky-Moky-Moky-Kaka. Jetzt, äh, hast du schon mal Kaka in deine Hose gemacht? Ja, wo ich klein war ein Baby. ich habe dann so kacke gemacht da hat mir meine mama wie die araber aber wenn du mich jetzt verarscht ich komme zu dir nach hause gibt diese dacke klatschen gehe wieder weg das habe ich vergessen anspucken ich bin jetzt wirklich ernst wenn wir jetzt die dritte holen dann wirst du da nach youtube beim shop kaufen können ich war auch wenn ich nicht weiß was es heißt auch wenn ich ihn nicht kenne auch wenn ja dies dann war es das kommt an dieser stelle waren das sind die diese youtube videos mit mir bis jetzt den bekanntesten die berühmtesten community hat auf jeden fall sehr gefeiert also du musst demnächst ich würde sagen lasst es so machen wenn dieses video 30.000 likes bekommt dann erstellt monkey sich einen youtube kanal und wird mit mir dort videos aufnehmen ja das mache ich auf jeden fall ich höre gegner hinter dir hinter dir hinter dir hinter dir hinter ich möchte aggressiv wie ein agro mensch aber was wenn wir dann den wind nicht holen weil du zu sehr dann hast du dich komplett aus okay dann konzentriere dich jetzt aber nicht weinen wenn wir jetzt gegner pushen und und den wind nicht und deswegen darfst du nicht weinen okay nicht weinen sind hier gegner waren hier gegner die sind beide bei mir haben wir haben dich lieber als mich ich bin runtergefallen aber nicht schlimm ich komme wieder hoch was ist das gerade gewesen die einer ist abgehauen ich habe mich voll erschrocken sie ist weg ich auch mann und dort bekommst du wie zu auch wie zu und der mensch du weißt es auch nicht geht es gerade einmal der wurde wieder beliebt hier unten direkt ja hier unten direkt ich sehe die jaja hier unten auf wie wo bin ich blind oder wo sich zum augenarzt mit sich unten auf es ich sehe das ist halt so lächerlich das gehen kannst du auch snipen oder warte ich drei zwei eins warte drei zwei eins warte da muss man stehen bleiben ich habe ihn ich habe ihn lassen runter pushen ich bin ich bin ich dumm oder kann ich nicht fähig das ist alleine los los ist auch ich bin ich glaube ich bleibe ist nichts für mich dass man auch so von hirmen kann man ich habe ich habe es nicht wirklich hab verdammt alles gut alles gut alles cool alles cool alles cool und scheiße was baue ich hier so ich glaube das reicht weil sonst er wird es verschwenden ich sehe ich weiß wo gegner sind und dort vorne bei den uns dann nicht jetzt sich gar keine atem hier unten auf ohr hinter hat jetzt schön 24 zwei leute noch dann kannst du die gute verkaufen wo ist es so spannend oh mein gott ich glaube die sind hinter dem bus was pushen nein ich habe gegner gehört ich habe hier drin ich bin genug scheiße dann wird es auch genug er will aber er schafft es nicht er geht zum looter essen da ja glaube ich werde sterben die scheiß zone ich habe so gefett finger ich muss dir eine sache sagen das war nur ein prank du hast du musst es einfach nur ein spiel spielen und der youtube ist trotzdem im shop ich wollte einfach nur ein bisschen hoch nehmen und spaß machen ich komme jetzt nach hause also du kannst jetzt du kannst jetzt in den shop gehen und dir den ghoul trooper aber ich finde den nicht doch bro der ghoul trooper ist im shop willst du mich verarschen oder muss ich zu dir willst du mich verarschen oder bin ich behindert oder muss ich zu dir nach hause kommen dich anspucken schlagen wieder zurück zu mir nach hause gehen bro schau doch richtig im shop der ghoul trooper ich guck alles durch ok ja schau links oben in der ecke da 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 nichts links oben in der ecke links oben in der ecke nix doch ganz links muss ghoul trooper sein what the fuck da ist nirgends du kleiner da doch ganz links ist der ghoul trooper wo ganz links ist das ein clown ist ein ghoul trooper bro willst du mich verarschen nein will ich nicht ganz links ist der ghoul trooper ich mein es ernst ja du meinst wahrscheinlich der ghoul trooper in deinen träumen alter mit den spagetti haaren warte warte ich komm zu dir nach hause ich komm jetzt ahhh 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 mein coi ahhh was ist passiert ich kann nicht mehr ich weiß das ich wollte dich nur kurz fragen wo ist deine adresse was ist deine adresse ich kann nicht mehr ich kann nicht mehr oh fuck oh fuck ahhhh ahhhh das war ein prank bro oh fuck oh fuck wie du ich kann sag dein adresse ich komm zu dir nach hause jetz gleich ahhhh 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 ich versuche jetzt zu hätten wenn ich nicht weiß wie das geht hast du deine e mail adresse oder oder diese links es war nur spaß es waren und pränk ich nehme die gute nachricht ist die gute nachricht ist die gute nachricht ist das darfst auf meinem account zocken mit gultrupe ok ok und was ich auch noch fragen wollte manch darf ich deine stimme in diesem video verwenden ja klar ich wusste nicht mal dass du ein video drehst ok leute in der infocard und neben meinem kopf werden euch jetzt meine letzten videos eingeblendet also falls euch dieses video gefallen hat könnt ihr euch ja weitere videos von mir reinziehen die sind genauso lustig falls ihr neu seid lasst ein abo da und wie gesagt bei 30.000 likes fängt man die legende auch mit youtube an deswegen wenn noch kein like da gelassen habe unbedingt dieses video liken und ja das war es von meiner seite